So, wir haben hier ein Fahrzeug, Motor dreht, springt nicht an, kein Zündfunke vorhanden. Starten! Stopp! Starten! Gut! So, hier messen wir, ob der Heilgeber ein Signal abgibt anhand der Diodenprüflampe. Starten! So, Signal ist vom Heilgeber da. Das heißt, die Zündspule ist kaputt, jetzt haben wir hier die neue Zündspule drin. Bitte einmal starten! Motor ist sofort da, alles gut!